Also es läuft ja wirklich mies an der Front aus Sicht des Westens und des Kiewer Regimes. Seit Monaten rücken die russischen Streitkräfte stetig immer weiter vor und die ukrainische Armee ist auch weiterhin nicht in der Lage, das Vorrücken der russischen Armee zu stoppen. Und damit herzlich willkommen zu diesem weiteren Video und hier auf meinem Kanal Russische Welt TV. Ja Leute, also es ist ja jetzt ziemlich genau drei Wochen her seit meiner letzten Frontanalyse von der Ukraine Front. Vor allem gab es ja Anfang März bzw. in der ersten Hälfte des Monats sowieso wenig Content von meiner Seite, weil ich halt auch andere Dinge da gerade auch zu tun hatte. Und dann gab es danach wiederum andere Themen, die ich dann in erster Linie beleuchten wollte. Aber umso besser, weil so können wir die Dynamik bzw. die Veränderungen, die sich jeweils an den Fronten ereignet haben, nochmal deutlich besser sehen. Also auf jeden Fall ist der Trend an den Fronten genau derselbe wie schon in den ganzen letzten Monaten. Also die Russen brechen beispielsweise an einer konkreten Stelle durch und rücken vor, um den Vormarsch dann entweder aufzuhalten oder im Idealfall zumindest vorübergehend irgendwie zu stoppen. Verlegt dann die ukrainische Armee wiederum Truppen bzw. Reserven dorthin, also an diesen jeweiligen Frontabschnitt. Diese Reserven fehlen dann aber wiederum an einer anderen Stelle. Dann machen wiederum die Russen die nächste Schwachstelle außen der ukrainischen Verteidigung, brechen dann dort entsprechend durch und dann werden auch dorthin dann entsprechend ukrainische Truppen verlegt. Dann entsteht wieder die nächste Schwachstelle an der Front und so weiter und so fort. Und so dreht sich das dann die ganze Zeit praktisch im Kreis. Und genau so läuft es eben wie gesagt schon seit mehreren Monaten. Schauen wir uns nun an dieser Stelle die jeweiligen konkreten Frontabschnitte im Detail an. Und zwar so wie ich das immer mache anhand der Karte der Amerikaner vom ISW, vom Institute for the Study of War. Und wir fangen jetzt an an dieser Stelle mit der Stadt Avdeevka im Nordwesten von Donetsk. Diese hat ja Russland bekanntlich Mitte Februar eingenommen. Und seitdem sind die Russen auch, wie man hier sieht, ordentlich Richtung Westen vorgerückt, weg von der Stadt. Unmittelbar nach der Einnahme von Avdeevka haben die russischen Streitkräfte das Momentum und das vorübergehende Chaos in den Reihen der ukrainischen Streitkräfte genutzt und sind gleich weiter nach Westen vorgerückt. Dann hat die ukrainische Armee wiederum versucht, sich an der nächsten Verteidigungslinie westlich von Avdeevka zur Verteidigung aufzustellen, entlang der Dörfer Stepavoye, Lasticchkino und Severnaya. Diese hat wiederum die russische Armee dann ziemlich schnell eingenommen und die Ukrainer zurückgedrängt, woraufhin sich dann die ukrainische Armee dann auf die nächste Verteidigungslinie weiter westlich zurückgezogen hat, entlang der Dörfer Berditschi, Arlovka und Toninke. Dort ist es ihnen dann auch gelungen, unter anderem auch nach der Verlegung weiterer Reserven an diesen Frontabschnitt, den russischen Vormarsch vorübergehend auszubremsen. Allerdings rücken jetzt seit ein paar Tagen die russischen Streitkräfte dort wieder verstärkt nach Westen vor und haben inzwischen auch den Großteil dieser besagten Verteidigungslinie eingenommen. Und jetzt ist es nur noch ein kleiner Teil des Dorfes Berditschi und von Arlovka, der noch von den ukrainischen Streitkräften gehalten wird. Das Dorf Toninke ist inzwischen komplett in russischer Hand, so wie auch die Felder südlich dieses Dorfes. Auch der Ort Pervamayskaya, südlich der ehemaligen Südflanke des Halbkessels rund um Avdeevka, ist bereits zum Teil unter russischer Kontrolle. Das heißt also, Russland ist gerade kurz davor, die zweite Verteidigungslinie hinter Avdeevka zu durchbrechen. Dahinter befindet sich dann nur noch das Dorf Senornovka und danach kommt westlich davon nicht mehr allzu viel. Ob Russland dann weiter nach Westen vorrücken wird oder eher Richtung Südwesten bzw. Nordwesten dann marschieren wird, das wird man sehen. Aber auf jeden Fall wird der Durchbruch dieser zweiten Verteidigungslinie ohne Zweifel neue Möglichkeiten eröffnen für die russische Armee. Also wir sehen hier auf jeden Fall, die Lage ist alles andere als rosig für die ukrainischen Streitkräfte. Dann als nächsten relevanten Frontabschnitt haben wir den Frontabschnitt rund um Bachmut bzw. westlich der Stadt. Auch dort rücken die russischen Streitkräfte immer weiter Richtung Westen vor. Auf die Stadt Chasofiar, westlich von Bachmut. Und auch hier haben sich die ukrainischen Streitkräfte auf der Verteidigungslinie eingerichtet. Entlang der Dörfer Bogdanovka, Ivanovskaia und theoretisch auch Klischeevka. Das Dorf Ivanovskaia, welches sich ja genau zwischen Bachmut und Chasofiar befindet, wurde in den letzten Tagen auch komplett von den russischen Streitkräften eingenommen. Und inzwischen stehen die Russen zumindest von östlicher Seite unmittelbar vor den Toren der Stadt Chasofiar. Auch das Dorf Bogdanovka, nordwestlich der Stadt, ist inzwischen kurz vor dem Fall. Und Klischeevka jetzt im Süden. Gut, dieses Dorf ist hier etwas weniger relevant. Das Dorf an sich ist sowieso mehr oder weniger irrelevant. Da geht es vor allem um die Hügel bzw. Anhöhen rund um das Dorf. Aber auch da gibt es in der letzten Zeit Fortschritte der russischen Streitkräfte. Also das waren jetzt auf jeden Fall die beiden wesentlichen Frontabschnitte, die gerade jetzt zumindest am relevantesten sind, wo es die meiste Bewegung gibt von Seiten der russischen Armee. Aber das heißt nicht, dass es nicht auch an anderen Frontabschnitten russische Fortschritte gibt. Beispielsweise im Südosten aus ukrainischer Sicht, konkret der Bogen von der Stadt Ugledar bis hoch nach Marinka. Auch da rücken die russischen Streitkräfte Stück für Stück immer weiter vor. Unter anderem auch in bzw. um den Ort Novomikhailovka, was ebenfalls zu einer kleinen Festung seit 2014 ausgebaut worden ist. So wie auch bei der Stadt Marinka, was ja die russische Armee Ende letzten Jahres eingenommen hat. Sowohl südlich von Marinka, konkret bei dem Dorf Pabeda, als auch Richtung Westen in und um das Dorf Georgievka. Und auch Richtung Norden bzw. Nordwesten in Richtung Krasnagorovka, welches ebenfalls zu einer Festung ausgebaut wurde seit 2014. Und welche sicherlich auch die Russen in der nächsten Zeit noch verstärkt ins Visier nehmen werden. Denn auch auf diese Stadt wird nun vor allem jetzt auch seit der Einnahme von Marinka und auf DFK der Druck von Seiten der russischen Streitkräfte stetig erhöht. Unter anderem hat ja auch die russische Armee das Dorf Nevilskoje vor kurzem eingenommen. Das Dorf befindet sich nordöstlich von Krasnagorovka. Also auch da sind die Perspektiven für die ukrainische Armee alles andere als rosig. Dann noch kurz der Frontabschnitt bei Lyman, also nördlich von Bachmut. Der stand und steht nach wie vor jetzt nicht so wirklich im Vordergrund. Aber auch da rücken die Russen, wenn auch langsam, aber dennoch stetig immer weiter Richtung Westen vor. Und zu guter Letzt nochmal der Frontabschnitt Zaporozhye im Süden, was ja damals während der sogenannten ukrainischen Gegenoffensive letzten Sommer die Hauptstoßrichtung gewesen ist. Da ist inzwischen schon ein Großteil der ukrainischen Fortschritte vom Sommer letzten Jahres zunichte gemacht worden. Und auch östlich davon sind die russischen Streitkräfte zuletzt auch weiter vorgedrungen und haben dabei unter anderem auch das Dorf Mirnaja eingenommen. Und ich muss hier auch nochmal wie gesagt nochmal dazu sagen, dass vor allem jetzt die letztgenannten Frontabschnitte jetzt gerade weniger relevant sind. Also jetzt nicht im vordersten Fokus stehen seitens der russischen Militärführung. Aber dennoch sorgen sie auch mit dafür, beziehungsweise der Druck, den die russischen Streitkräfte dort machen. Dass auch die ukrainischen Streitkräfte wiederum gezwungen sind, dort auch gewisse Truppenteile und Reserven zu halten, um eben auch dort einen russischen Durchbruch zu verhindern. Zum Beispiel einen Durchbruch von einem relevanten operativen Ausmaß. Also alles in allem, wie wir sehen, sieht es ja für den Westen und das Kiewer Regime für die Gegner Russlands wirklich ziemlich schlecht aus. Also die Tendenz der letzten Monate bleibt weiterhin bestehen und es hat auch nicht den geringsten Anschein, dass den Russen jetzt irgendwie in absehbarer Zeit die Puste ausgehen wird. Wie es ja viele Top-Experten im Westen, unter anderem auch im deutschsprachigen Raum, vorhergesagt haben. Also auch hier waren all ihre Hoffnungen umsonst. Alle Hoffnungen der Feinde und Gegner Russlands und auch die Prognosen dieser sogenannten Experten haben sich wieder einmal als kompletter Pustekuchen erwiesen. In diesem Sinne danke fürs Zuschauen, abonniert meinen Kanal und bis zum nächsten Video.